Von jeher waren Dampflokomotive mit großen Rädern der Inbegriff für den Schnellzugdienst. Die Baureihen 01 und 03 hatten das Sagen. Es gab aber auch andere, die weniger in den Vordergrund traten. So die bayerische S36 oder die badische 4H. In Österreich waren es die 12er und 310er. Alles Baureihen mit kleinen Stuhlzahlen, deren Erscheinung oder Konstruktion meist filigraner war als bei den deutschen Einheitsloks. Wir haben für Sie viele historische Aufnahmen zusammengetragen. Erleben Sie die S36 in Lindau oder die badische 4H vor Sonderzügen. In Österreich fahren die heutigen Museumsloks der Baureihen 12 und 310. Aber auch die Exoten 18201 hat in diesem Film ihren Auftritt.